Die Braut? Ja, ja, gewiss, die weint ein bisschen. Aber das braucht uns doch nicht zu kümmern. Sie hat sich auf dem Speicher eingeschlossen. Wer ist dieses blonde Mädchen? Ich habe noch nie eine schönere gesehen. Sie hat die Augen auf ihre Schuhe und ihre weiße Schürze gesenkt. Sie hält den Rock ihrer Mutter fest und trägt ihr Gesangbuch ordentlich ins Taschentuch eingewickelt. Ich muss mit ihr sprechen.